Das ruckelt so, ich kann nichts machen. Ja, ich hab gerade auch einen Trink von 184. Hallo mit Ö und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Mofo und mit dabei ist mal wieder LuffyPotato. Wir spielen eine Runde Trappesky auf Revenside.tv. Aber in der Mitte sind keine Traps, ne? Äh, doch. Oh ja, doch, ich sehe schon. Ich will das gerade zum ersten Mal. Ich will das über Zweierteam machen. Achso, ja stimmt, ich bin da direkt weggelaufen. Äh, ich auch, aber ich weiß nicht, in welche Richtung du gelaufen bist. Da bist du. Ah, da bist du. Okay, gut. Auf geht's. Ich hab da einfach schon eine Dria-Brust. Oh, ne Webmatch. Und eine Krank der Regeneration. Ich hab sieben Pfeile, auf jeden Fall. Also ich hab noch nie... Oh, hier ist noch eine Kiste. Oh, ich hab ein Pferd. Hä? Lol. Hä? Das kann aber auch eine Trap sein, obwohl da was drin ist. Egal. Ich hab, ich hab, ich hab, what the fuck. Oh, ich hab eine Diaspe. Zack, ne? Also da kommt dann manchmal Lava raus und da ist das dran und so. Oh, oh. Was passiert, wenn das piept? Ah, okay, dann explodiert. Hier ist auch eine. Okay, ich hab eine Hose für dich. Ach, ne, du hast schon eine Kette. Ich hab auch schon eine Hose, eine Kette. Brauchst du eine Waffe? Ich hab hier ein Steinschwert für dich. Zack. Äh, ja, ich hab die Hosebezacke. Äh, okay, hast du einen Bogen? Fünf, fünf, ja, du hab mich eher sperrt. Äh, ne, hab ich nicht. Da ist einer. Hinter dir, neben dir, neben dir. Oh, Mist. Nein. Schlag ihn einmal zu mir. Ja, ich hab ihn. 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 Boah. Boah. Ich war grad einfach gar nicht irgendwie in der Lage, was zu machen. Ich hab... Es explodiert. Ah. So. Ich hab hier eine Lederjacke für dich. Was ist... Was ist B, A? Ich hab so einen Kopf und da steht B, A drauf. Ähm. Weiß ich nicht. Potion of Regeneration. Cool. Ah, hier ist auch noch eine Kiste. Oh. Weg, 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 weg. Das ist Lover. Oh. Ich hab hier für dich ein Eisenbrustpanzer. Ja, nice. Ich hab hier noch Schuhe und Helm für dich. Warte. Da und da. Und da, 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 da. 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 Danke. Oh, ich hab auch einen Bogen. Was ist... Was bedeutet das, wenn ich den Kopf von einem Typen habe? Da steht jetzt B, A und ich hab den Kopf von ihm. Äh, weiß ich nicht. Ich hab's noch nie so gesehen. Okay. Knochen brauch ich ja relativ eigentlich nicht. Ist das Splash Potion oder nur Potion of Regeneration? Okay, das ist nur Potion. Okay. Gut. Warte. Ich muss mir die auch mal eben... Ich find das recht witzig sogar, muss ich sagen. Es ist auch. Also ich spiel das gerne. Ich bin hinter dir, ne? Du hast ein Diabostpanzer. Hm. Läuft bei dir. Hattest du direkt am Anfang. Ja, Eskalation. Oh, in 60 Sekunden bedingt das das Metz. Ja. Finden wir noch eine Kiste? Äh, ich hoffe mal, ne? Also ausgerüstet sind wir ja eigentlich ganz gut. Hast du was zu essen? Äh, ja, hier. Oh, lol, ich wurde... Hä? Ah, es geht manchmal Portboxen. Äh, also wird eigentlich jemand mit dir getauscht, aber irgendwie... Ja, hier sind zwei Leute, ja. War der gute Crypt, oder? Nee, hier sind zwei Leute gewesen und er hat mich getötet. Ja? Fuck, ja. Er hatte noch drei Herzen. Ja, ich musste gegen zwei Leute kämpfen. Er hat meinen Kill geklaut und danach bin ich gestorben. Der hat nicht mehr viel, wenn ihr in Deathmatch seid. Ah, fuck. Er hat meinen Regenerationstrank. Den konnte ich nicht nehmen, weil das kein Splash-Trank ist. Ah, fuck. Mann. Kacker. Oh, noch ne Kiste, ich brauch' Essen. Ja, das Essen hatte ich. Ich wollt's dir grad zuwerfen und dann... Ding! Also der hat nicht mehr viel, auf jeden Fall. Den kannst du wegsnecken. Einfach draufrennen, einfach draufrennen. Wer ist das denn? Ähm... Es gibt nur einen. Ja, wo ist denn der? Da. Nein, der holt sich das Diaschwert. Töte ihn! Wow. Ins Wasser. Nehmen dir aus dem Brunnen, renn ins Wasser. Das ist auf jeden Fall die bessere Rüstung. Aber ich glaube, er hat den... Ja, er hat meine Pfeile und meinen Bogen. Ah. Los, Morpho, los, Morpho. Komm schon, Trank Heilung. Gib ihm! Nein! Noch zwei Herzen, ja, ich bin zurück. Oh, Morpho. Ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir... Hauen wir noch ne Runde dran. Wir hängen noch ne Runde dran, ne? Richtig. Ja, bis gleich. Ja, da sind wir wieder. Noch eine Runde. Immer noch mit Lovely Potato. Nein. Ich bin nicht mehr dabei. Ich bin was anderes. Daran bist du okay, ich stelle dich. Wie wenig Leute hier sind. Hä? Ach, das war ne Workbench. Fuck. Oh, fuck. Oh, es explodiert. Leute, ich hab nen Jump Boost. Ich hab ne Jump Kiste gehabt. Ich renne hier um die Mitte rum. Ich suche... Da oben bist du. Ich komm die Leiter hoch. Ich komm die Leiter hoch. Okay. Da unten ist auf jeden Fall einer am Spawn, der nichts macht. Und was zur Hölle geht hier ab? Ja, wo bist du? Ah, da. Okay. Ja, gut. So, wir haben aber trotzdem... Hast du was? Du bist ein Hippie. Warum bin ich ein Hippie? Ich hab nichts, ne? Also ich hab nichts. Kein Schwert und so. Komm mit. Auch keine Rüstung? Hab ich jetzt selbst schon genommen. Ich hab Essen. Hier, bitteschön. Okay. Im Spawn steht einer AFK rum. Danke. Den können wir uns gleich wegsnacken, wenn wir erstmal ne Waffe haben. Ich brauch nur ne Waffe. Ich wurde getauscht. Aber hier war ne Waffe drin. Das ist schon mal ganz gut. Der läuft vor mir weg und ich bin sogar noch schlechter gegript als der. Wo bist denn du? Ich bin beim Flughafen, äh, bei den, bei den, bei den Dingen, nicht beim Flughafen, bei den, äh, wie heißt das hier, bei den, da wo die Hallen sind, weißt du? Hangar? Ja, genau, Hangars, danke. Mir rennt grad einer weg. Lol, er rennt in die Trap. Ja, oh, das Opfer ist in die Trap gerannt. Ich hab ihn eingeschlossen. Ja? Ja. So, der ist auf jeden Fall tot. Ja, ich brauch was zu essen und ne Waffe. Komm zu den Hangars. Aua, ich brenne. Ich hab ne glühende Kiste gekriegt. Okay, gut. Das Problem ist, wenn ich jetzt einfach so zu den Hangars laufe, bin ich locker tot. Hier ist keiner. Ist der tot mittlerweile, der Basti 1900? Nee. Boah, stark hat hier wieder einer. Der Einzige, der hier ist, ist halt dieser Typ, der mich angegriffen hat. Ähm. Ne, hier ist einer, hier ist einer. Hier, ich kann nicht mehr sprinten, läuft. Ähm. Als ob's hier keine Kisten gibt. Ich hab ihn getötet. Also, jetzt ist hier keiner mehr bei den Hangars, so. Äh, warte, ich hab hier grad ne Kiste. Ja, gut, dass ich einen Schritt zurückgegangen bin, war ne Lavakiste. Äh. Ah, nee, doch, ich war ne Zintenfischkiste. Äh, ja, ich hab nen Kuchen. Nice. Ach, geht doch, jetzt bin ich wieder voll, so, tack. Ich bin immer noch bei den Hangars. Ich hab sieben Pfeile. Cool, ich hab den Bogen dazu. So, okay, dann komm ich jetzt. Diese Tauschkisten sind für Teams natürlich echt kacke, ne? Ja, ja, das ist dafür, glaube ich, auch da. Oh, hier ist ein Verzauberungstisch und ich habe leider kein Leben, äh, kein Level, scheiße. Glaubt, die Hangars sind in die Richtung und... Also, die müsste man eigentlich direkt vom Spawn aus richtig gut erkennen. Also... Ich hab ne Tauschkiste, ich bin jetzt woanders. Wo denn? Am Spawn. Okay. Ähm. Ja, ich bin direkt beim Spawn, also direkt bei der Bahnstation. Aber ich weiß, wie ich von hier aus zum Spawn komme. Warte. Ja. Ja, dann darf ich auch zum Spawn. Jo, ich bin jetzt vielleicht da. Also, ich glaub, hier, dann geht's zum Spawn. Hä, bist du, da bist du doch, hier. Hier, so, warte, warte, hier, ich hab was für dich. Das hab ich, das hab ich, das hab ich, das hab ich, das hab ich. Das hab ich, hier ein Potion of Healing, den Bogen, kannst du auch haben. Tag, Tag. Ja, Tchohoch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wofür dieser Kopf ist. Warte, guck mal hier, ich werf ihn dir mal zu. Das hab ich gekriegt, als ich den eben getötet hab. Hier ist noch ein Kuchen, falls du Essen brauchst. Äh, ja, ich brauch Essen. Hier sind noch Steaks, hier sind noch Äpfel. Okay, danke. Äh, ja, das kann man weg. Hä, okay. Achso, die Pfeile, achso. Ja, die hab ich dann jetzt, ne? Ja. Auf, auf geht's, 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 auf geht's, auf geht's. Düt, 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 düt. Okay. Da hinten ist einer. Mein Radar, pet's das. Hast du auch einen, äh, Tracker? Hinter uns ist das ein- Ja, da, der ist rechts von uns, rechts von uns, rechts von uns, rechts von uns. Hä? Bei mir war da keiner die ganze Zeit. Okay, jetzt seh ich den erst. Ja, ich hab ihn, kannst du ihn mit dem Bogen treffen? Ja, egal, ich will den Typen haben. Ah, fuck Ja, einmal getroffen Hin Achso, du bist jetzt hinter mir Ja, nee, ich schieße nicht weiter, das bringt nichts Okay, dann hole ich mir mal hin Weil da war noch ein Trank der Regeneration Nee, der ist doch jetzt am Spawn, den können wir jetzt eigentlich einkesseln Aber du Vogel rennst ja nicht mit Ah, du bist so blond, ne? Ja Hast du irgendwie Eisen oder so? Jo, er hat ein Dierschwert Ja? Jo, aber zu zweit kriegen wir den Wenn du dann mal nach Hause kommen würdest Ah, da bist du Wo ist der denn? Hier ist er doch, vor mir Guck mal, jetzt rennt er wieder weg Oh man Wo ist er? So Der ist da vorne Was ist das für ein Schwuchtel, Alter Ich will sein Dierschwert haben Bei den Hungers ist es auf jeden Fall Guck mal, da hinten Siehst du bei den Hungers rechts die Trap Da ist ein Gegner drin Ja? Ja Warte, lass mal hinlaufen Ich will mir den mal angucken Der ist locker schon tot, oder? Nein, der lebt noch Der steht da rechts in der Ecke, links in der Ecke, siehst du das? Ne, ich sehe es noch nicht Da steht einer übrigens, ein G-Banana-G Hinten, die ist hinten beim Haus, aber siehst du da links in der Ecke steht er Ja Siehst du seinen Namen? Ne, bringt ja nichts Obwohl, wenn du ihn runterschießt? Ne, der steht da ganz in der Ecke Doch, noch einmal, noch einmal, noch einmal treffen Nein Okay, egal Lass uns Worth it Komm mit Na, mir ist egal So Man kriegt relativ schnell Hunger hier, ne? Ach, du bist immer so langsam Gib da, gib da nichts Ich habe ihm nur kurz den, einen Trank unten in die Hautpaar getan Er meinte, bitte macht die Lava weg Warte, kann man die wegmachen? Weiß nicht, ich Ich Wenn man nochmal drauf drückt, vielleicht Oh ja, tatsächlich Dann töten wir ihn halt so Achtung, links, 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 links Kommt einer, links, kommt einer Ich mache die Lava wieder an Weiter kommt einer, komm mit Schuhe, ich bin rechts gerade irgendwie voll Bei dir auch? Nö Der ist da Hey, hey, hast du, das bist du gar nicht Hä, ich Wo bist du denn? Meine Fresse, bist du behindert? Hey, du hast gesagt, da ist einer Ich dachte, der lauf mir weg Wieso sollten wir zwei gegen eins wegrennen, du vollidiot Ich bin tot Wow, du bist echt so blond, ne? Ohne Witz Ja, weil bei mir hat es gerade voll gelegen Und dachte ich, da lauf ich weg Ja klar, und jetzt läuft der flüssig, ne? Du bist so blond Äh, wo bist du? Da Du hast nur noch ein Herz Ja Also hast du den getötet? Nee Ja, habe ich Die anderen haben alle volle Herzen Und der eine ist immer noch da drin Ich habe einen Pfeil, wow Ich würde den töten, bevor das Deathmatch beginnt, ne? Ja, wie denn? Ich habe auch nichts Mach doch wieder aus Ich habe halt kein Leben Achso Hast du auch nichts zu essen? Da Ich könnte mir sogar ein Diaschwert machen, sehe ich gerade Also, ne, ich habe nur einen Diamanten Lol Aber du müsstest von mir zwei Stärke haben Ja, ne, Sticks habe ich genug Keine Teams im Deathmatch, ja gut So, dann So wie sonst auch immer Oh Gott Ruck ich jetzt einfach zu Eins habe ich Hater dir Wow, das ruckelt gerade voll Und das war bei mir eben Wow, wie das ruckelt gerade Was ist das? Ja, komm schon Das ruckelt so Ich kann nichts machen Ja, ich war gerade auch im King von 184 Hab gewonnen Ich stand die ganze Zeit im Netz So, jetzt bin ich frei Ich würde sagen, das war auch mit der Folge Treff SG Ja, würde ich auch sagen Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch da Schaut auf jeden Fall mal bei Love the Potato vorbei Schaut auf jeden Fall bei DasMofu vorbei Damit ihr endlich die 1000 bekommt Ja So, und dann Bis zum nächsten Mal Tschüss Meine Freunde Tschüss 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 Tschüss